Fußball spielen zum Beispiel wie diese Jungen in Herne. Das tut man zwar auch anderswo, doch hier hat man besonderen Grund, den Stadionhelden wie Nationaltorwacht Tilkowski nachzueifern. Denn die Westfalia gegen die Schalke 04 Weiße Hosenantrat ist die Sensationsmannschaft der Oberliga West. Bislang in weiten Kreisen fast unbekannt, spielte sie alles in Grund und Boden. Auch der deutsche Meister hatte in Herne nichts zu bestellen. In der ersten Halbzeit ging Westfalia durch Burckhardt mit 1 zu 0 in Führung. Nach Seitenwechsel wollte sich der Schalker Kreisel immer noch nicht richtig drehen. Es gab wohl gefährliche Situationen, doch der Erfolg blieb aus. Endstation war stets Tilkowski. Eine schlechte Abwehr nutzte Burckhardt zum 2 zu 0. Und schließlich verwandelte Clement eine Vorlage zum 3 zu 0 für Westfalia Herne.